Hallo, mein Name ist Stefan Wibodulo. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin seit 2013 hier im Verein, habe sechs Einsätze bei der Amateurmannschaft und zehn Einsätze bei den Profis und bin rechtes Mittelfeld. Ja, es ist auf jeden Fall weit verbreitet in Deutschland, dass 60 eine richtig gute Ausbildung hat und hier auch viele Talente herausgebracht worden und das ist nicht ohne Grund so. Ich selber spüre das hier auch auf jeden Fall, den Sprung, den ich hier gemacht habe. Erzähl mal was über deine Macken. Ja, ich sag mal, mein größtes Manko wäre jetzt mein Lachen, würde ich sagen. Du weißt ja selber. Ja, ich bin für jeden Spaß zu haben und ja, manchmal treibe ich es vielleicht auch zu bunt und ja, dann muss ich wieder eingefangen werden und dann muss man mir wieder sagen, du Stefano, schabernackt vorbei. Was wissen wir nicht über dich? Also, was man noch nicht über mich weiß oder was, worüber ich euch aufklären sollte, wäre, dass ich hier in Leipzig aufgewachsen bin, aber gebürtiger Kongolese bin. Ich bin aber größtenteils in Leipzig aufgewachsen und ja, habe dort meine Jugend verbracht.